Yo, was geht ab meine lieben Freunde? Herzlich Willkommen auf Deutschrap Aktuell. Ja, meine lieben Freunde, vielen lieben Dank für den ganzen Support und den ganzen Klicks in den letzten Wochen. Vielen lieben Dank, dass ihr so viel Liebe da lässt und mich wieder empfangen habt bei euch in der YouTube-Szene. Ja, meine lieben Freunde, die zwei Rapper Casey Rebel und Summer Jam haben eine Challenge beziehungsweise eine Kooperation mit dem Markthersteller Jägermeister. Ich glaube, die ein oder anderen Jüngeren wissen, glaube ich, nicht, was Jägermeister für eine Marke ist. Es ist ein Alkoholgetränk, nur mal so erklärt. Und zwar eine sogenannte Challenge. In 15 Sekunden sollte jeder Track sein und sie sollten ein Album in einer ganz normalen Länge, also sprich, es sind, glaube ich, 12 bis 13 Tracks und jeder einzelne Track hat 15 Sekunden. Echt eine krasse Sache. Hört sich wirklich meiner Meinung nach sehr nice an. Könnte man auf jeden Fall klar denken, schade, dass es diese Songs nicht wirklich einzeln gibt. Aber naja, es ist ein gepacktes Lied oder ein gepackter Track und jeweils 15 Sekunden ein Song mit integriert. Ja, hört sich ziemlich komisch an. Freunde, zieht es euch selber rein. Hört sich auch immer sehr nice an, Freunde. Ja, Freunde, das war es von meiner Seite aus. Ich danke euch natürlich für den ganzen Support und wünsche euch einen schönen Tag. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ich bin natürlich gelegentlich immer wieder für euch am Start. Peace and out. Bis zum nächsten Mal.